Es freut mich immer wieder, dass nicht nur bei runden und halbrunden Geburtstagen, sondern bei jedem Geburtstag das Militärkommando kommt und die Wünsche überbringt. Ich sehe das nicht nur als persönliche Auszeichnung und Ehre, sondern auch in der Verbundenheit mit der Stadt St. Pötten und dieser ausgezeichneten Zusammenarbeit. Herzliches Dankeschön für die Gratulationen und ich wünsche uns allen noch ein gutes, gesundes Jahr. Dankeschön.